Ich glaube, wir haben einen witzigen Pfeil von Schrapp gefunden. Hallo, witzig. Oh, wir können es ja versuchen. Mit dem gehen wir hier hin. Oh, wir haben nicht gespeichert, warte. Wir müssen natürlich gespeichern, weil ich nicht weiß, ob ich es schaffe. Und da hinten ist wieder so ein fetter Typ. Das gefällt mir gar nicht. Guckt ihn euch an da hinten. Der Panzer. Ach, Gottes Willen. So, jeder muss sitzen. Leute, jeder. Wenn ihr es nicht schafft, seid ihr scheiße. Ihr seid scheiße. Ich kann es aber noch schaffen. Ja gut, okay. Ich kann es nicht wegen dem Dicken. Wir müssen uns anders positionieren. Wir müssen uns ja nicht mehr großartig verstecken. Wir müssen uns irgendwo nur hinhocken, wo wir ihn sehen können. Wir versuchen es wirklich so hinzukriegen, dass wir den Dicken halt wirklich zum Schluss irgendwie hinkriegen. So, Bromin. Du versteckst dich mal hier. Hier kannst du ihn nämlich sehen. Und du, Zuckerschnude. Und jetzt? Du hast schon richtig gemacht. Das war richtig. Dann versteckst du ihn hier. Dann gibt's einen Hinterhalt. Du hast doch richtig. Schön erstmal einen kritischen reingehauen. Sehr schön. Sonst fühlst du es. Und tot. Ein weiterer, der die Zutaten beitzt. Hier. Dadurch ist dein versteinerter Körper eine Runde lang vor Schaden geschützt. Das ist nett. Was ist hier? Wenn wir jetzt noch einmal warten. Dein Stoffwechsel ist, genau wie deine Kiefer und Zähne, erschreckend robust. Du kannst frisches, rohes Fleisch in jeder Form essen, um Gesundheit zu regenerieren. Irgendwie ecklich, aber seltsam befriedigend. Ich kann mich heilen an meinen Opfern, aber machen wir erstmal den hier. Kostet drei Runden. Junge, Junge, Junge. So. Sehr schön. Ihr seht ihr da noch einen Feind. Das muss aber Miss Marpen sein. Oder der Typ. Oh Gott, des Willen. Ja, da muss ich überlegen. Ich will auf jeden Fall da hoch. Und den Jäger werde ich so einfach nicht hinkriegen. Es wird nicht einfach. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Erst mal ein paar Waffenteile. Ein bisschen Schrott. Dann müssen wir gucken, was Miss Marple da hinten verteidigt. Wir können allerdings einzelne Leute ausnocken. Häuptling-Totfinger. Holy shit. Okay, ja. Das könnte problematisch werden. Wir könnten durchaus hier fighten. Oder zumindest da oben. Der Typ da gefällt mir nicht. Der Häuptling-Totfinger. Wir werden höchstwahrscheinlich später zurückkommen. Weil es gibt hier keinen mehr, den wir einfach so ausschalten können. Haha! Schmilzwerkzeug. Der Traum jedes Schraubers. Mit diesem Werkzeug lassen sich Objekte miteinander verbinden. Sieht man zu genau hin, ist man allerdings vorübergehend geblendet. Ich kann feinlich die Lötlampe sehen. T-O-R-C-Torch! Komm hier! Ich war draußen? Nennt sich Lötlampe. Ganz genau. Okay. Oh, da liegt noch was. Aber das bekomme ich wahrscheinlich nicht hin. Na gut, wir kommen ja eh später nochmal her. Ich würde gerne nochmal zum Anfang gehen und gucken, welches Level die da hatten. Ich glaube, die waren da auch um die 20 rum. Ah, jetzt muss ich das Level ab neu verteilen. Moment. Das kriege ich hin. Zack. Zack. Schnell nachgeholt. Okay, dann reisen wir halt jetzt mal ein bisschen. Und zwar möchte ich... War das hier Umgebung der Arche? Ja, das war Umgebung der Arche. Ja, oder war das der Metallvogel? Kann auch der Metallvogel gewesen sein. Eventuell werde ich nochmal in die Schrottlande zurückkehren. Ich habe jetzt momentan die Umlockfähigkeit. Die ist zum Schleichen ganz gut geeignet. Ah, das war da. Der Metallvogel. Unser Anfang war der Metallvogel, ne? Wir haben ja noch die Fähigkeit zum Umlocken. Die ermöglicht es uns zumindest einen lautlos auszuschalten. Dann kommen wir halt jederzeit wieder. Die Frage ist nur, was uns auf der Mission, auf dem Weg zur Mission erwartet. Wenn wir den Häuptling noch umlocken könnten, wäre das cool. Das könnte ich als allererstes probieren, den Häuptling umzunocken. Ah, 55. Ja gut. Das ist eine gute Idee, Zero. Den Häuptling umlocken. Probieren wir das. Weil wenn der erstmal weg ist, dann wird alles andere wesentlich einfacher. Dass ich da nicht vorher drauf gekommen bin. Und dann halt mit meinen Silenced-Waffen ausschalten oder Ende. Das ist der Plan. Okay, speichern. Und ausprobieren. Könnte funktionieren. Auf ne Nummer sicher gehen, um ein bisschen näher kommen. Oh, er brennt sogar. So. Und so wird das jetzt funktionieren. Zack. Zack. Oh, Grilla 50. Ein zusätzlicher kritischer Schaden. 50%ige Chance, Gegner zu verbrennen. Das hört sich gut an. Wir können uns jetzt... Wir können eigentlich auch die anderen uns vornehmen, ne? Indem wir hier einfach hochklettern. Das ist ne gute Idee. Wir schalten den Jäger aus. Kümmern uns um Mopsi. Es könnte was werden. Wir kommen. Oh, ich wurde entdeckt. Scheiße. Oh Gott, Spiladen. Okay. Okay, wir speichern ab. Das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden. Wir gucken mal, wie das hinhaut. Vielleicht habe ich mir eine schlechte Position ausgerüstet, weil er da halt auf uns schießen kann. Du wirst erst mal festgehalten. Ja, sehr schön, kritischer. Ja, der Feind hat sich gehört, wie hätte es gedacht. Nach meiner Fähigkeit. Du kommst zum Schluss. Oh Gott, das tut mir leid. Bombe ihn, du tankst. Vielleicht hätte ich euch alle vorher heilen sollen. Aber das wäre der Plan, dass er runterfällt. Oh, Bombe ihn, Bombe. Das habe ich vermutet, ja. Was für ein Verletzter. Tantisch weich. Dies habe ich vermutet. Kannst du den von hier aus treffen? Zumindest den können wir treffen. Dann gehen wir hier hin. Dann versuch den mal zu hitten. Oh, nee, das Mittel ist runtergefallen. Oh, Mist. Oh, okay, nein. Nein, nein, nein. So wird das nicht funktionieren. Ah, scheiße. Okay, scheiß Position. Ich habe es erkannt. Wir müssen woanders uns hinsitzen. Ah, ärgerlich. Der Typ darf uns halt nicht treffen. Wir lassen den, äh, also wir lassen Miss Marple nochmal eine Runde laufen. Dass er vielleicht unterm Haus ist und wir ihn dann festsetzen können. Das wäre nämlich perfekt. In der Hoffnung, dass er gleich nochmal genauso läuft wie vorher auch. Das wäre schön. Na, komm, weg mit dir. Ja, nice. Genau da will ich dich haben. Genau da, mein Freund. Dann setze ich dich da fest. So. Keine Feuerlinie. Guck mal, wo wir eine Feuerlinie hätten. Keine Feuerlinie. Da hätten wir die Möglichkeit, ihn zu treffen. Hier aber auch. Hier haben wir den. Ich könnte ihn von hier aus treffen. Aber kümmern wir uns erstmal um den kleinen, oder? Ich speichere an dieser Stelle ab. Die ist perfekt. Die ist perfekt zum Speichern. Okay, dann... Wie, du hast deinen Move schon... Ach, du hast deinen Move schon gemacht. Na gut, wir gucken mal, ob er dich da treffen kann. Kann er. Kann er. Okay. Er kann's also. Er kann durch die Decke schießen. Das ist nicht schlecht. Muss man sagen. Ich frage es ab, wo bemerkt er mich? Bemerkt er mich schon hier? Ja. Äh, gut. Ja, ich darf mich nicht bewegen. Also, solange er Overwatch macht, ist er ein bisschen ungünstig. Vielleicht werfe ich die eine oder andere Granate auf ihn. Aber wir müssen uns auf jeden Fall umpositionieren. Weil, wenn der Typ hochkommt, dann sollten wir auf jeden Fall woanders sein. Und ich hier unbedingt. Das heißt, Mädel, geh du mal ruhig da hin. Hä, was? Was, was? Wieso springst du runter? Wieso springst du runter? Ich hab mit keinem einzigen Wort erwähnt, dass du runter gehen sollst. Aber gut, er ist im Overwatch-Modus. Was für uns nicht unbedingt günstig ist. Wir können uns also, solange er im Overwatch-Modus ist, können wir uns da schlecht weg bewegen. Es sei denn, wir gehen runter. Oh, da kann er uns treffen. Nur halt nicht so einfach. Aber wir werden sehen. Wenn er hochkommt, können wir auch mit ihm da runter gehen. Schade. Ja, Docs, dann geh mal hier hin. Ernsthaft? Schade die Pfeine. Ist sie, ist sie? Wie, wie? Ich drehe durch, ne? Wie zum, was? Wie denn? Ich meine, abgesehen davon, dass er 100 Meilen von mir entfernt ist. Ja, gut, dann. Dann machen wir Overwatch. Und warten, bis der Typ da hochkommt. Bis dahin haben wir ihn einmal angeschossen schon. Von daher... Overwatch. Das Problem ist halt, der Sack da hinten. Keine Feuerlinie. Keine Feuerlinie. Der kann mich zwar treffen. Bin ich jetzt gerade mit Dax unterwegs? Ja. Das muss hier echt taktisch jetzt vorgehen. Wir müssen gucken, dass wir da hinkommen, ohne dass er mich trifft. Echt jetzt? Ich war echt... Ich war jetzt so weit entfernt. Gut, gut, gut. Ihr Arschlöcher wollt das so. Dann machen wir das so. Dann warte ich jetzt, bis ihr kommt. Ist mir egal, wie viele Leute von mir umfallen. Ist mir wirklich schnurzpiep egal. Overwatch. Ich kann warten. Ich kann nachladen und warten. Hier. Der hätte mich von Anfang an da positionieren können. Der Overwatchen können, wie er möchte. Aber wenn wir es nicht hinkriegen, können wir es immer noch machen. Was haben die gegen meine Frau? Das ist nicht so cool für dir. Keine Feuerlinie, keine Feuerlinie. Ich muss halt irgendwo hin. Overwatch. Das Problem ist, er kann mich halt überall treffen. Na komm, beweg dich. Ke-bam. Na, shit. Glück gehabt. So, Trefferchance. Reichweite, Schädelspalter. Minus 22%. Ja gut, da bleibt mir nicht viel übrig. Scheiße. Ich muss woanders hingehen. Oder ich fliege das erste Mal in die Luft. Obwohl ich da leicht zu treffen bin. Wir tun es einfach mal. Achso, ich bin schon oben. Haha. Oh, es geht doch noch höher. Zielposition aus der Reichweite? Ich check das Ding hier nicht. Krieg zur gewählten Position. Achso, ich kann gar nicht in der Luft schweben. Ach, lol. Ach, lol. Okay, dann. Beleiden wir ihn halt so ab. Jetzt wird es Spaß machen. So, ich könnte mit dir runtergehen. Ich habe eine Deckung. Und die zählt jetzt 100% du Arsch. Hehe. Ich kann ihn leider nicht runterwerfen. 50%. Ja gut, das passt schon. Na komm, greift Bomi dann. Der will die... Der will die unbedingt haben, ne? Der will die Anzeigen für mich. Du dreckiger... Wo ist meine Fähigkeit, um mich zu verhärten? Oh, ich kann von hier aus treffen. Irgendwo machen wir das erst mal. Okay, der Boden ist weg. Perfekte Deckung. Minus 75%. Ich möchte gerne hier hinlaufen. Und ich möchte gerne ein Medi-Kit einsetzen. Sie war zu weit weg. Ach komm. Ja, hä. Ich versuche sie doch zu heilen. Die ist doch hier. Jetzt stehe ich auf ihr drauf. Geht doch. Nein, sie ist immer noch tot. Hä? Ist das überhaupt möglich? Dann müssen wir ihn jetzt töten. Du bist ein Depp. Okay. Du willst also sterben? Ich habe noch genug Runden Zeit. Und da du, Mädel... Ach, die... Ach, nee, nee. Ich habe jetzt schon zu viel verschwendet. Ich bin schon kurz davor zu laden. Wegen der Scheiße. Deswegen fliege ich einfach mal hier rauf. Ungültig ist sie. Oh, dann fliege ich halt hier hoch. Yay. Guck mal, ich kann fliegen, Junge. Hast du nicht gedacht, ne? Wollen wir einen perfekten kritischen? Oder bist du weg, Junge? Du hast endlich herausgefunden, wie du das Ding benutzt hast. Was ne Scheiße. Und dafür krieg ich ne Handgranate. Geil. Und was hast du hier so bewacht? Ne Waffe. Immerhin. Was für ne Scheiße. Was ist das denn? Schleuderer. Diese Schusswaffe ist Altvorderen... Äh, der Altvorderen ist zwar abgenutzt, kann aber weit entfernte Ziele ausschalten. Ursprünglich diente sie wohl als Futterbeschaffung. Ah, die ist gut. Uh. Oh, die ist gut. Ich weiß auch, wer sie bekommt. Follow me. So. Aber ich habe hier noch ein bisschen was gesehen. Ein Loot. Vor allem da liegt auch noch was. Gut, Altvorderen. Lass uns zurück in Trackinghammon gehen. Alles klar. Was ist das? Deaktiviere einen mechanischen Gede eine Runde lang. Das ist fett. Das gefällt mir. Steinhaut. Ja, aber ich kann sie ja nicht einsetzen, die scheiß Steinhaut. Kosten sechs. Kosten drei. Ach so. Ja gut. Dann bekommt die Ente natürlich eine andere Waffe, die Rohrkordone. Ja gut, die ist auch schon auf Stufe zwei, ne? So. Kann jemand die Rohrkordone gebrauchen? Bambino vielleicht. Nö, eigentlich nicht. Er ist auf Stufe eins. Aber die Waffe brauche ich unbedingt. Ich muss Gegner zurückwerfen können. Ach, Mutation. Ah, ich sehe schon. Gut, das hier nutze ich eh selten. Ach, guck mal. Ja gut, das ist besser als die Steinhaut. Dann haben wir den Flügel und wir haben 100% kritischen. Was das hier? Mache einen organischen Gegner zwei Runden lang bewegungsunfähig. Der ist auch nicht schlecht, aber der 100%ige kritische gefällt mir halt. Waffenreichweite. Das kann ich ja je nach Situation verändern. Aber es passt schon. So, bei Selma. Ah. Hm. 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 Springe zu einer beliebigen Position. Ach Gott, dass man das hier auswählen muss. Ich lerne es erst jetzt. 50% des Spiels vorbei. Ich lerne es erst jetzt. So, der Rotze. Also Freunde, ich würde sagen, das war es für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier liegen noch voll viele Sachen rum. Und ich werde hier jetzt noch mal kurz langlaufen, Schrottteile einsammeln. Das interessiert ja sowieso eigentlich gar keine Sau, dass ich hier Schrottteile einsammle. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge in der Arche wieder. Und dann werden wir da mal uns ein bisschen an unseren Waffen lahmen. Haut rein. Euer Sero. Tschüss.